Ich lerne Deutsch. Nummer 9899 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Deutsche Traditionen spiegeln die reiche Kultur des Landes wider. Das Oktoberfest in Bayern ist weltberühmt. Deutsche Traditionen spiegeln die reiche Kultur des Landes wider. Das Oktoberfest in Bayern ist weltberühmt. Ich habe es geschafft. Diesmal habe ich die richtigen Zahlen getippt und 1.000 Euro gewonnen. Ich habe es geschafft. Diesmal habe ich die richtigen Zahlen getippt und 1.000 Euro gewonnen. Nachhaltige Architektur integriert ökologische Prinzipien in Baukonzepte. Ich verkaufe unser Produkt am Telefon. Dafür brauche ich kein Büro. Ich verkaufe unser Produkt am Telefon. Dafür brauche ich kein Büro. Ich verkaufe unser Produkt am Telefon. Dafür brauche ich kein Büro. Durch die Freundschaft erfahren wir, dass das Teilen von Freude diese vervielfacht. Ich verstehe nicht, warum wir heute wieder so schlecht gespielt haben. Ich verstehe nicht, warum wir heute wieder so schlecht gespielt haben. Ich verstehe nicht, warum wir heute wieder so schlecht gespielt haben. Der Frühling ist die ideale Jahreszeit, um am Meer die Seele baumeln zu lassen und neue Kraft zu tanken. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich verstehe nicht. Untertitelung des ZDF, 2020